Gero Marius. Wenn ich mich darauf drehe, dann muss ich mich zu verstärken. So, es ist ihr hier in Däden und es geht ganz hier, der bekommt mich an Däden, wir gehen wieder an den Jakobusbrief, wo wir einen Umfang durchgegangen sind. Wir sind über das dritte Kapitel, die 13. Farge, wo wir über die Westerfarge in der Ewa gehen. Und hier soll ich ein bisschen reden, wenn ihr denkt, dass es in Däden, dann wird es von, oder das dritte Kapitel fangen, wo ich sage, es soll nicht alle streben, ein Lehrer zu sein oder ein Lehrer zu werden, wenn das eine gradere Verantwortung tut. Und so, das ganze Kapitel handelt sich ein bisschen durch, wo wir reden, das von der Tung zu tun, dass wir Dinge sagen, die nicht reich sind oder nicht zu hören, als ein Schwarting zu tun und sagen, ein großer Schab kann sich stören mit kleinen Rädern, oder irgendwas zu wissen, wenn sie mit dem Stierklinchen durchgegangen sind, wie sie den Schabcharakter haben, wo sie haben soll. Und ich sage, da kann ein kleiner Räder, kann ein großer Schab stören. Und dann sage ich, wenn sie eine Tung essen wird so, wenn sie eine Tung von reden wird, als wenn sie ein Leben verhängt, wenn sie nicht im Tung haben, wenn sie alle sagen, wenn sie reden wird, was sie nicht war, oder was sie vielleicht dicht wie sie war, aber nicht ganz. Und ich sage, das ist ein geräutet Ding, wenn sie die Tung mit einem sehr kleinen Pot ist, als wenn sie ein Körper. So, das ganze Kapitel handelt sich ein bisschen durch, wenn sie nur streben wird. Und für die Jüden, das ist die Tüte, das Jakobus hat geschrieben, dass sie für die Jüden weiß, wie sie sagen, wie sie denken. Aber es sind ein paar Dinge, die die Menschen sagen, wie sie weiß. Da werden sie ein Charaktes, wie wenn sie eine Person sagen, was sie viel weiß, weil sie sagen, sie weiß viel von einem Schraub, und sie können auch fein klochen reden, und sie können auch die jästliche Wäsche hängen und mit Rüden bringen, damit man es halten, dort anwenden an das Leben von dir, dann hast du noch nichts nicht zu hängen. So, das ist die Wahrheit, was ich hier von reden, das ist, dass wir wissen, von dem wir reden, und wir müssen die jästliche Wahrheit haben, dass sie ein Kontakt passen, sodass, wenn die Menschen in der Andacht kommen, und dass sie nicht krägt, wie sie von ihnen kommen, oder wie sie gelehrt haben, wie sie gesehen haben, dass sie sagen können, hey, das passt mir, das, was ich kann, und mein Leben anwenden. Und das ist ein bisschen eine große Portion von, und du musst Verständnis sein, wir müssen das Wort lesen, wir müssen das verstehen, aber wir müssen auch mit Jesus gewissen, dass du auf jeden Fall übertragen, und alles, was du lernst. Und das ist nicht bloß für so etwas, was du am Sinn, auch das Marsch auch noch verbringst, und wenn Matthäus auch und wenn ich, du sagst, ja, es ist gut in der ganzen Welt und verbreite ich das Evangelium, das ist für jeder eines von uns, nicht bloß für die Predigt, was in ihrem Konsum sind, das Marsch tun, das ist wie man alle mit der Rechte, wir mit dem Rechten sind, mit der Rechten Verständnis und Weisheit, Gott sind, wird so wiederbringen, dass die Menschen, wenn wir durch die Werk taubkommen, oder vielleicht Gemeinschaft mit haben, wird einmal durch uns auch Gott wieder erkennen werden. Wir hatten hier, wie von dieser Weise weltliche Natur und sehr weiße Männer, und die können viele Dinge vielleicht erklären, und wenn es nicht kommt, zu Gott, zu Gott, oder zu ihnen leben, haben sie eine große Mausgesellschaft angeredet, was sie sehr schaffend hat. Ich kann einmal eine Person sagen, die sagt, die Predigt, die wir sind, da wird ein geurend Predigt. Sie sagen, oh, was mögt das so gut? Sie können sehr klar reden. Oh, gut, was wir in diesem Tag stehen. Oh, ich weiß gleich, ich weiß nicht, dass wir über Deutsch reden können, und das wird hier reden, dass wir wir möchten, dass wir von uns alles leben können, dass wir von dir und das Leben anwenden. Nicht, dass wir sagen, oh, das ist so schön, wir können klar reden, und am eng von der Ondach hat nichts von uns persönlich getrafen. Das wird hier reden, sprich, vorher vor 7, sage ich, was ist, es war alles. So ich deutlich kriegen, braucht alles, was du hast, an Verständnis zu kriegen. Das ist eine große Sache, das ist, Jakobus hier und das war, was Gott gesagt hat, tanzt, dass ich sehen wird. Das ist nicht bloß genug, wenn du was gesagt wird, wenn Gott sehen wäre, dass du nicht hingerstunden hat, das hat dann nicht den solchen Anfluss, das hat dann nicht, dort wurde Gott geschrieben, das sagt, das wird never laden treten an, aber wenn wir uns never treffen, dass Gott seine Weisheit hat, wenn wir mit ihm klaren tun, dann ist die Kraft und die Wicht nicht hinger oder kann den Anfluss haben. Wir sollten du anbeten Gott seine Weisheit geben. So wenn Jakobus 3 vers starten, wie wir in der Bibel mit haben, sagt, auf du tellen. Jakobus 3 vers 3 sagt, es man verständig, soll in seinen gauden Wandel wiesen, dass er trühartig ist. Er sagt, er glaubt, wer was und verständig hat. Er fragt ihn, wie er geschrieben hat. Er glaubt, wer was und verständig ist. Er sagt, er soll sein, so leben, dass ihr das verständig hat, dass ihr nicht so ist, wenn ihr geklärt haben. Er sagt, weiß ist, das soll sein, in ihr leben, weil ihr nicht bloß sind, wenn ihr wegkommt. Das soll sein, dass ihr mit mit einem töb gekommen, dass ihr verändert sein. ist, wenn wer wird trich heutig ist, wird sein, oder dein Leben verändern. Was hat von Gott sagt, wenn ich weiß, hat von Gott und ich frage, wo kann ich für die, oder für die Gemeinde, für meine Community, für meine Familie, meine Nubasche, was immer, wo kann ich halten, wo ich halten, dein Leben merken, dass du ein besseres geistliches Leben haben vor Gott. Das ist ein Bild, was du weißt, von Gott an zu sagen, wenn wir sagen, wo kann ich tun für die, oder die Gemeinde, wo kann ich tun für meine Nubasche, was hat von der Welt sagt, wo kann ich die ganz geraten genut und auf und gönnt. Wo kann ich tun, dass die mir alle wollen vielleicht gaut sein, oder gaut es tun, oder was immer das dann möcht sein. Was hat von der Welt gesagt, er proben, so hoch auf den ladern ab zu rufen, dass die geraten gewinnst verkriegen der dach. ein Gott hat gesagt, du däun, und dort meint wir rauf gön, dass die jüngere feit wurscht, und wir sind däun, und du mit die leger wir uns merken däun, die hecht sie wie eu sein begann. Er sagt, wer das leckste was sein im Himmel, ist das leckste. Das sind däun. Es verschiedene Wess hätten, wenn ihr an der Welt geht nicht in der Gott sehne. Der vierte fahrer sagt, wenn ihr über bessere Aufgangs und ihr nützlich streben im Hort haben, ihr nützlich streben im Hort haben, dann braucht nicht mit die Weisheit, weil das stimmt nicht mit der Wahrheit. So die Welt ist echt, man muss Aufgangs probieren, das mehr zu kriegen. Das wird Aufgangs gebrauchen, wir aufgangs sagen, der nächste hat. Wenn die nächste hat, hat eine Familie in Ordnung, vielleicht kommt bitte reden, das ist aufgangs dich für was hat, dass er sagt, Gott hat dich gesehen, das ist gut für dich. Aufgangs sage ich auch was du hast. Im Reich vielleicht jeweils wird eine Gedanken kriegen, dass einer den nächsten so oft an sich hat und will haben was they have. Das stimmt mit der Welt, das stimmt nicht mit der Wahrheit. Ihr nutzt das streben, das stammt dem erbietet, sagt, ich will rein, alles was ich tun, soll mich nutzen. Ich gebe nichts um Raum, was die nächsten haben oder die kriegen sind. Ihr nutzt sein, weil ich rein alles was für mich ist, weil ich so viel und so busig sie kann, dass nichts nicht den nächsten zu gingen. Mit uns sollen wir nicht puchten. Wenn wir denken, dass die in der waldlichen vielleicht in der Regierung wollen, wer wird kein nächster Prime Minister oder Präsident sein, dann sollen mit sich sagen, hier wird ich alles haben. Hier ist was ich tun, hier ist was ich kann, hier ist was ich war da und pochen immer mit sich Salz was alles was was kann tun und die sind sind und streiten sich an treten wer bitter ist. Und mit Sinne weiß hat dass dort wir bloß wenn uns sind die rück sind sind nie nicht pochen. und an der letzte parte von der fahr sagt was nicht mit der war hat mat stamm det das mit das wenn die hänge las ich baas wenn die hänge die proff vielleicht was bedeutet um den die 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 krieren kann die was hänge las die das was die walt mit was hat mat given det doch wie nicht das stammt nicht mit wo hat stammt nicht die proben bloß von salz an antikrieren und hier in der 15 fahr sagt die so ne was kommt nicht vom boven was der ist nicht von boven der stammt von dieser welt und dann sagt die die ist ungeslich stammt von so tun wir sollen klar verstehen wenn wir sollen üblich haben und leben dass wir so ehren nützlich sind oder wir sind bloß eigentlich gesund auch will alles kriegen auch mal kriegen auch haben alle sollen tun so die Dinge was mir war und dann wir oft sind und blieben nicht bei der Wort haben wir proben noch mit so zu verdrehen oder was schaufen und hängen nicht bloß so das von der Welt stammt das ist eigentlich wichtig genug das stammt von so tun wenn wir so angestellt haben das ist was wir streben das stammt von so tun eu hier auf gesagt wird das was he gesagt wird du wirst am auf gesagt wenn er will die misch in grats sein und er will sie sein aus Gott das ist interessant nicht wo die menschen auf ganz in music sind wo wir bloß uns salz kicken und uns in nicht wollen so ein gerater dem jagen in beta und alles on me hand in das alles verrückt du sagst nicht bloß du alles in ordnung du schaffst nicht du alles in ordnung und das geht du Das ist eine gefährliche Sache, wenn wir so eigentlich gesehen sind, wo wir so einfach in der Musik sind. Der 17er Pfarrer sagt, der weiß von Bösen, dass er erstens rein, dann friedlich, gelinnig ist, dass er sich sein kann, dass er voll mit Leid in guten Wagen ist, dass er nicht partisch ist und er hechelt nicht. Wenn wir dann in Glotafiv, ich werde nicht sagen, und bei Glotafiv redet Paulus von der Frucht von den Jästen, dann redet er von Leuten in Freien und so weiter, dort stammt sehr dicht wie mit, was Jakobus hier sagt. Viertens glauben sie, Paulus und Jakobus werden ganz anders gesagt, einer von den anderen Paulus, da wird alles bloß von Genut reden, alles wird unter Genut bedeckt, und Jakobus redet hier von, du möchtest sein, bei ihm sie glauben, und doch, wenn wir kicken, dann sagt er von meinen Dingen, was ich gerade stammt und es steht, dass sie einen Unterschied sagen würden, was einer von den anderen. Aber das erste Ding, was ich hier sage, ist, das beste Wort vom Bogen kommt, ist erstens rein. Wenn wir uns vielleicht ein Wort begonnen haben, weil wir nur Gott in der Westen und Freien sind, und wenn die Gedanken, dass wir Gott von uns verlangt, und wenn dort nicht wirklich rein ist, reine Gedanken von Gott, dann hast du auch etwas erreicht, wie wir anfangen dann. Wenn wir vielleicht, weil wir uns irgendetwas begonnen haben, wir sind wirklich sie wie ein bisschen, vielleicht nicht aufgeregt, aber wir sind so eine Musik gewesen, wir wollen jedenfalls das für uns zu passen sein, und nicht, dass dort vielleicht ein Wort erreicht ist, aber wir wollen Dinge sein, aber wenn wir das deshalb genug haben, was Gott uns gegeben hat, dann werden die Dinge, wenn hier auch nicht alles perfekt ist, dann sind wir das wieder für den gleichen, aber wenn wir von dieser Welt aufreisen, wenn wir von der nächsten Welt aufreisen, wenn wir von der nächsten Welt aufreisen werden, dann wird alles gut sein. Also wenn wir uns ehrlich sagen, dass wir uns sicher sind, dass die Gedanken, was wir haben, was wir wollen sein zu tun, dass dort eine reine Gedanken sind, dass dort nicht das, das eigentlich in mir, und das eigentlich in meinem Krieg, dass das, Gott, was ist das ganz gerade, was du von mir haben, was eigentlich für dich, und dort ist, wir sollen ein Däuner sein zu tun. Wenn wir uns die Gedanken sind, dass wir uns anzusehen, wenn wir uns anzusehen, vielleicht wollen wir so einen Garten bitte über die Übung schmieren, und sagen, wenn ich das bete, wenn ich das was zu tun, dann wird es sich so lüten, als wenn ich ein Säge oder Däuner sehe, aber doch hänge ich sich mit meinen Gedanken, wenn ich denke, das wird mir zum Garten tun. Also ich höre sich die Gedanken von Gott, der weiß ich von Gott, der ist rein, denn der Nächste ist dort, der ist rein, der Sieg, und der Nächste geht nicht an Sie. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 2 und 3, sagt Paulus, ich sage, ich sage, ich habe einen einzigen Mohn über die Welt, dort als Christus, dass ich in einer Räne, dass ich einem eine Räne Brüte verstellen kann. Dann sagt er, und ich sage, dass ich immer von der Hänge letzten Schlange verletzt werde, die auch im Denken kann verletzt werden, von denen abbrechen in Christus, von denen verletzt werden, und von denen abbrechen in Christus aufkommen kann. Das ist gefährlich, dass ich immer so etwas in den Garten verletzen kann, weil wir immer alle Schuld geben, dass sie immer von der Frucht gegeben haben, was sie nicht soll, und du, wenn sie wie in den Sturm, wo wir sind. Dabei sage ich, Paulus fragt sich hier für die Kinder, da kriegt sowas, wie Ola, was er nicht tanzt wird sein, und fragt mich, dass die, sowas einfach, auch kein verletzt werden, von der Hänge letzten Schlange. So, dass, wann die auch abbrechen, in der Garten angefangen hat, dass die Schlange nicht, was kein kommt, irgendetwas verdorben, wenn die ersten Hänge letzten Schlange, die Beise finden, das Hänge letzten Schlange, und das sind dann, wo er braucht, zu verletzen, was er machen kann. So, erstens, wenn er nicht kommt, dass er rein ist, und mit Gott sind, wo er mitstammt hat, dann ist das, so eine Dinge, wenn er vielleicht so weit weiter geht, wenn er mit der erste Klarheit kriegt, dass er rein ist, und er mit dem, wo er stammt hat. Das zweite Ding, was ich sage, ist friedlich. Die Weisheit von Gott ist friedlich. So, so einigen, dann, 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 was sind die Gedanken, dass Kevin, das meint, dass ich so alle weg in die Friede trachten, ich so alle weg, in die Friede siegen, das meint dann, ich mag mich, ganz hoch, und die Menschen, ich kann immer mich, immer mich stoppen, und mich durch, und immer, und ich mag mich alles, ein bisschen voll looten, ich so, nichts wird gehen, ohne sein, oder da. Und, er meint nicht, er meint nicht, wie Martin Franz Salz, da wir ihn streiten, in so einer Sache, über, was er mit von reden hat, würde ich mit zu sagen, aus, wenn ihr denkt, wenn sie an den Friede, wenn sie an den Friede, dann, dann, man hat alle so ein Training, dass er dann kann lernen, wo, wo er soll, wieder schaffen, wenn er, wenn er mit einem Ritt drin ist, wenn sie an den Frieden reden, ein, und der Friede krank, was soll ich tun, der Friede hat große Kraft an sich, die, die können, die können, die können, die können, die können, die alle so ein, und das ist ein friedliches Tier, das du getäumt hast. Und besser redet er hier von, von der Friedlich sein, meint nicht, dort, wie sollen so schwache Menschen sein, oder wir sollen dort ganz, bekloppen, oder ungeklungen von anderen, aber wir sollen das, grob auf die anderen haben, wir sollen die, unser Traum haben, oder wir sollen friedlich sein, zu werden. Jesaja 32, Vers 17 und 18, sagt er, und wenn es erreicht ist, je duinen wird, wot du fried sein. Und du wot ab, immer steil und sicher sein. In meinem Volk, wot in Rüed Land leben, wo ihre Häuser langstunden waren, sie wot unversteht, zu fried sein. Wenn du das in Frieden trachten, wenn du friedlich bist, dort ist dann schwer, wenn andere Personen kommen, gehen die zusammen, wenn du nicht, erst hast du nur gesagt. Verhalten sie, wie sie eigentlich gesagt haben, und sagen, das wird mich nicht geworden. Die Profesante dann, da war ich im Wesen, ich verhalten, dass wir die vielleicht noch anhitzen, damit die, dass die Welt in einem kommen, aber wenn wir das erst in Frieden trachten, dort ist es sehr schwer, für andere, die kommen, dort gibt es wenigstens, da findet er es still in der Arbeit. Aber das ist das hier in Jesaja sagen, dass mein Volk war ruhig in dem Land leben, wo ihre Häuser langstunden waren, sie waren unversteht, zu fried sein. Das ist ein Ding, was wir sollen nur streben, durch die Weisheit von Gott, in der Friede. Geländ, das nächste, was wir sagen, in der Frage ist, geländ sein, als ein bisschen, wenn wir in Englisch sagen, sei aber gentle. Dann bist du vielleicht mag, ruhig, du bist gut zu sein, du bist nicht, hast dich, dass du nicht leidst, dass du nicht leidst, du bist so ja, so ja gentle manche Menschen, das meint nicht, dass du eine schwache Person bist, dass du alles immer bloß so nah bist, aber das meint so viel, du bist dann mit deinen Überzeugungen, du bist nah, du bist nicht richtig abgericht, du bist gentle total, aber das meint niemals nicht, dass du das, oder vielleicht, du wirst nicht irgendwen mit Fliet proben, was du tun sollst, sodass sie gestartet sind, aber das meint nicht, wenigstens, dass du so geländ bist, das meint nicht, dass du begeben hast, was die Wahrheit von Gott sein wird sein wird. Wenn es kommt zu Gott, in seinem Wort, in der Wahrheit, was du hast, du wirst niemals nicht begeben, oder bei ihnen davon. Aber wenn andere Dinge haben, die sind, du wirst immer nah, hohen Limits in den Dingen. Laat sich sein, die nächste in der Wahrheit, die sagt, du wirst nicht, und jetzt vielleicht haben viele Freunde, vielleicht, oder vielleicht sieht das bloß auch was, weil ich viel mehr hat, geschuft, aber wie in der Zeit, wenn ich in der Stufe nicht gehe, dann habe ich sie die kliegste Mann oder Person in der Stufe. Du wirst nicht mehr sagen, was sein, wenn ich weiß, nicht? Und nicht das, was der Weltverweisheit sein wird. Ich sehe die kliegste Person in der Stufe, das sind dann, was von der Stufe ich nicht konnte, weil sie eigentlich die kliegste waren. Ich will mich nicht sagen, wenn ich weiß, was der Reich ist, was der Bitter ist, ich kann die Leute lernen. Das ist ein bisschen, was die Welt nur kicken hat. Und wenn wir waren, ich bin in der Zeit, dann hat Gott sich jetzt erinnert, dass er sich anwenden hat, ich weiß nicht so viel, dass ich dachte, ich habe es gewusst. Und er kann immer von den nächsten lernen. Wenn Gott sich in der Zeit sagt, ich lud mich wahrlich sein. Wenn wir wieder in der Stufe kommen, der sagt, ich habe hier ein Computer gelesen, und er dreht hier von dem und sagt, oh, dann sagen wir mal, wo die Besten war dort gekommen, dass er dann sein wird. Und er sagt, und er sagt, Gott sei, er kann so erfährten, viel lernen von anderen Menschen, wenn er das Land verteilt, wenn er das Land sei, was Gott ihnen hat gegeben. Aber wenn wir uns sagen, dann meint ich nicht, dass wir dann sagen, okay, was du gesagt hast, stammt nicht mit der Wahrheit, aber auch, was wir ihnen lieben, so schafft es nicht, wir machen doch, wenn Gott es ihnen wird, anders sein wird, das was sie gesagt haben, wir können aber nicht, wie jemand mit der Wahrheit, wir machen immer nur die Wahrheit streben, aber wir machen dann abholen, dass wenn Gott uns wemme dann abholen, dass in der Wahrheit uns sagen, dass wir uns nicht mehr betrachten, dass es von Gott kommt, nicht bloß, dass wir abgebrochen werden. Wir hatten eine solche starke Lehrer, die erinnern, die erinnern, die es sagen, wenn wir das nicht machen, dann basieren, dass wir nicht mehr gut dafür haben. Und auch der Verhältnis stammt, da gibt es nicht mehr von Gott sie nicht, wer es will sein. dass wir so jemanden abholfen, wenn wir uns so freuen, wenn der Wort erreicht ist, wenn wir eine Conviction haben, in einer anderen Area, dass es wirklich von Gott stammt, nicht bloß über uns verstanden ist. Aber wenn der Wort sagt, was Gott sehen wird, das sollst du taucheln, das sollst du daun. Wenn wir uns sagen, wir werden nicht mehr begeben, was der Wort von Gott sehen wird, das sollst du sein. Wie sagen Sie, dass wir lesen in Jakobus ein Verschneing, das wird übergült werden. Da sage ich, liebe Brüder, sieh schwind, bitte sag, zum Hörchen. Überleicht Gott, eure Geräten, was nicht leicht da. So, das sollst du krank, wie wir sagen, dass wir das Luten sein sollen. Wir sollen Menschen Luten verteilen, verhalten, wie viel Wäser ein Klick hat, wenn wir anderen Luten zu uns reden, als wenn wir glauben, wir sind das ganz wichtigste Personen in der Stube, wo alle sollen noch einhörchen. Wir sollen schwind sein, bitte sag, zum Hörchen. Wir sollen Gott, überleicht, ansehen, und um den Verstand, eurer Einer für das Lauf, was recht zu sein. Gott überleicht euch, eurer Wäser, was die Reden tun, und wir sollen nicht leicht da sein. So, wir sollen uns sein, Luten, dass er in der Fahre sein hat. Der Nächste, wird sich sein, mitleicht zu haben. das Lauf, das Lauf, mitleicht, und geht, mitleicht zu haben. Wenn wir mit ihr kicken, dann müssen wir voll mitleid sein. Das heißt, wenn wir uns lügen, unser ganzes Sein, unser Körper, unser Denken, unser Verstand, lügen wir ganz kontrollieren von Gott in Jesus, in dem weich, dass wir mitleid haben. Das mitleid wird uns den Wegwiesen, wo wir andere Menschen gaut haben oder andere Menschen mitleid haben, als eine sage, die wir vielleicht nicht von ihnen reden haben. Aber es meint so, dass Gott seine Wesen hat, kann wir den Nächsten Erbormung geben. Wir können mercy haben an dich. Wir können genug wiesen. Wir können mitleid haben. Lukas sagt das und sagt, du, wer ihr Erbormung hat, du hast eine Erbormung. Gott hat uns so viel, Erbormung gewesen. Das meint, dass das, was wir uns verdient haben, hat heute betult für uns. Das war eigentlich das Verdeunt haben, als der Hall, und wir kriegen nicht, was wir uns verdient haben. Genut meint so viel, dass wir uns da, dass wir uns leben im Himmel, was wir uns nicht verdient haben. So, in Genut Erbormung, der Post, taub, in Matleid, als du in Matfen des Abed. Und ich kriegst, dass Gott auf Erbormung geholt hat, wie auch andere Erbormung gewesen, merciful sind. Das ist ein bisschen die Geschichte, wo das Jüder, so haben wir, in der Stadt, ich habe den Namen von der Stadt vergeten, aber die sind, was, was haben die Kommen, am Verletzen, am Bestellen, und so wieder, und Lüten haben die Verdäut, und da kommen Wasser, was da vorbeikommen, und da gehen, wie der Raum, in der Städte, zu den Matten, denn die Dräder, was da kommen, das ist ein Samariter, was da nicht mal, manche Menschen, und wo die Pandemie stadors getroffen, in die Menschen, und seine Menschen kommt, und das ist eine Sожалуйста, was kann man von den Stich landenkiermassen тонken, und er hat das Land sein, und er hat das, und er hat das, er hat das, mit dem, er hat das, und er betont die, und er fließt, nicht drin, und er hat das Land, er haver 시id, er hat das Land, er weiß vom Erbormung, er hat das hier, und er hat das, dass er sich对, und er bringt sich dazu, und er hat das, und er hat es bezahlt, du fährst, das war der Bormung wiesendet. Du darfst anderen mithalten, wenn du dich, was schlimm ist, du darfst dich, was du gehst, du darfst Männleit wiesend mit ihnen und du fährst nicht in den Treib, wenn du weißt, Gott ist der, was du belohnt wird. Dort ist es, wenn wir Männleit wiesendet mit anderen. Dann sagt er, Männleit mit gauder Wagen. Menschen, was du voll von Gott sehen, ja, sein Sinn wird der wahre Geburt, sein Sinn wird Gott sehen, ihnen, ja, sein Wundhand, ein glaubensvoller Christ, der kann doch nicht halten, außer er ist eine fruchtbare Person für Gott. In Matthäus Kapitel 7 sagt Jesus, ein schleichter Baum, der kann nicht gauder Frucht bringen. Das ist nicht mehrlich, ein schleichter Baum, was du siehst, auf alle Seiten, was der Schlamm ist, der kann nicht gauder Frucht bringen. Das ist nicht mehr möglich, was du tun sollst. So eine anbekehrte Person, die kann nicht gauder Frucht bringen, wenn er auf Salz nach Sinn auf sich, hat er Salz nach unter dem Sinn verschlägt. Aber so eine Person, die sich bekehrt hat, was ein gauder Baum ist, kann nicht halten, als gauder Frucht bringen. Das sind unsere gauder Wagen, die wir dann tun. Gott ist in der wäßheit, der sagt, ich will nicht durch das gauder Wagen, ich will nicht dein Leben drucken, in mir und lärchmerken, mit dieses gauder Wagen bewiesen haben. Er sagt, das ist, durch das gauder Wagen, was du den Gauder Frucht für dich erfällst, und du warst frei und frei in deinem Leben. Das wird die Abbildung, die Kraft schenken, in die Halben, in den Lebenswandel. Nicht, dass du diese Fallen auch zu viel, das ist zu schwer, das wird ihnen Friede bringen. Der nächste, dass es nicht partisch sein. Wenn wir damit studieren, dann würde ich sagen, dass das ein bisschen so aus, jetzt werden die Pharisäer, Syritäer und so weiter, werden in verschiedenen Gruppen in der Probenurlaub zu sagen, wer das Baste wird, wer das Reichste wird, wer die Menschen wird kriegen. Von der, wenn wir kicken dann an die Regierung, wenn die wollen Elections haben, dann kriegt sie sich die Probenurlaubnis zu streiten, wer das Baste ist, wer das Baste wird, die Menschen, die sich mit den Conservatives taubstellen oder mit den Liberals und den NDP und so weiter, dass das so gesagt wird, dass sie sich selbst wollen, so eine Falle zu kriegen. Wir wollen selbst haben, Menschen sollen hingehen und kommen, aber Gott ist in der Wahrheit zu sagen, wir sind nicht so dort. Gott ist in der Wahrheit, und ich sage, wir sollten dann, wenn keiner mir hingehen und kommen, dann hat es nicht mehr recht, wenn die dann, wir sollen alle durch dort, wie wir sind, dass die Jäuze, dort der Arm folgen. Wir sind nicht so gesagt, dass sie sagen, hey, das Montag kann ich auch reden, weil wir den hingehen und aber alles, was heute sagt, die Wahrheit von Gott, der Dähtnich ist dort. Die Wahrheit von Gott sagt, alles, was gepredigt wird, ist zu sagen, Jäuze ist der Wahrheit. Heute ist der Wahrheit, die Wahrheit in der Leben, und dann kann ich haben, dass Gott seine Wahrheit, jeder Christen erwiesen wird. Dann sage ich, hechelt nicht. Wie du nicht, durch Gott seine Wahrheit, darf ich nicht sein, wie wir sind in Christen, und durch dieses Werk lebe ich aus, und von den Fienden sind deine. Wie du nicht am Sinn nach dem Morgen nur gehört, wenn wir sein, präzigen Herren, und wenn wir schon Arbeit fahren, dann darf ich alles, was wir haben können. Wenn der Dären bei uns hüßt, dann lebe ich, dass die Welt gleich in Franzis, das der Fienden wird, wollen, vorzuhören, und doch, wenn wir für Menschen sind, dann sehen wir, sage ich, die Christen. Wenn alle Rechte wird, zu sein, und in weiten, wenn man am Ende sein, wenn nicht, was gesagt wird, wenn das, was die Menschen, wollen, gleich nicht hören, und dann so gesagt wird, und doch, wenn wir uns von der Gruppe weich stoppen, dann sehen wir, in Heichland, und dann wird, dass die Welt verlangen, dass der Fienden wird, angebildet wird, der Gott ist, und schein geht, und doch, der Weisheit von Gott ist, echt, wir heicheln nicht. Das ganz gerade ist, das ganz gerade ist, was Gott in Jesus in uns da hat, ist, dass ich verjüngst, in die Welt, kriege ich, wir wollen sie. Die Welt, die wird niemals nicht können sein, dann, dass diese Person, die da hat, die lebt, das ist die Welt, wenn es in einer Welt ist, und auch, wenn es in einer Welt ist, in der Welt ist, dass sie die Welt, die wir wollen, oder so laut, dass sie die Welt sind, Jakobus sagt, die Welt von Gott, die all diese Dinge nicht. Die Welt sagt, die Welt von Bögen, als erstens rein, dann friedlich, geland, lasst sich sein, voll mit Leid, und geht auf Wagen, als nicht partisch, und heichelt nicht. Es ist eine große Worte, was die jetzt in uns steht, was die weiße, was wir dann kriegen, dann vom Bögen, wenn wir wahre, die Bögen sind. Du willst nicht schaust, du willst nicht, du willst also zu leicht, zu sein, zu sein, wenn du sein, dass ich heimlich bekehrt, und ich sehe, ein Part von Gott, seine Familie, und doch dein Leben, beweis all das andere, wenn der Bögen nicht, gute Fruchtdrehen, das nicht kann, dann bist du nicht ein gelder Baum. Wenn deine Gedanken, dein Ziel im Leben ist, all solche Dinge, was nicht Gott lieben, und präsen, was nicht von Gott kommt, dann bist du so ein Baum, was nicht gelder Frucht träumt, dann kannst du, dann wird immer du was, wenn alles, was du das hast, dann noch immer ungerlich sind. Der Engel davon ist, der Daut, und du meinst, den Eivigen Daut in der Halle. Aber wenn wir die Wahrheit haben von Gott, dann haben wir all diese Dinge, was wir die Jürgen abreden, die kommen dir in Hingeron, und es ist nicht mehrlich, dass dein Leben nicht verändern wird, wenn du es hast, Gott begegnet in den Wald. Wenn du es nicht mehr hast, all das, du meinst, dein persönlicher Heiland, die Dinge, was ihr Schöngen gibt, sind nur ein Gerät, die Fläch, das Schwander, was die Dinge oft zu tun, wenn es sind die Diktions, oder Fläch, Schwander sind, ein, das sind andere, weil nicht sein, dass du nicht mehrlich bist, aber, die hast du den Gerät, und du wirst du wegfahren, du wirst du losfahren, und du wirst Gott tun mit deinem Leben, und du wirst du in der Kirche, oder du wirst du in der Arbeit, oder in der Schule, oder was man das ist. Du wirst, dein Leben soll dann ein Bild sein, von was Gott hat dir getan in dir. Wenn du weißt, was du hey, yes, das, und mir, und die, wird das sein, wo wir nicht, wo wir nicht mehr kann von loskommen, wie wir wollen, wenn ein gauder Baum, die das gauder Frucht träumen. Das ist bloß, wo das ist, das hoffen nicht, dass ein gauder Baum, kann schlechter Frucht träumen. Weil nicht sein, dass wenn du in Schmack, ein gauder Baum fällt ab, dass du dann einfach nicht, wo den Opel-Mank fängt, mit dem Plak an, oder, was du vielleicht, wo du dann warmt, die Mank, die kommen wieder, dass es nicht sein, dass das nicht passieren kann. Aber der Baum selbst, die dreck gauder Frucht. 1. Korinther 2, Vers 11, 12, sage ich, Wer von den Menschen wollte, was ein Mensch denkt, büter, sieh ein Gäst, der erinnert es. Die Rutsche wollte auch einzig Gott, sieh ein Gäst, was Gott denken, in folgendet. Wir haben nicht diese Welt ihren Gäst gekriegen, sagt Paulus hier, die Korinther, wir hatten nicht diese Welt ihren Gäst gekriegen, über den Gäst, der von Gott ist. Durch diesen Gäst, wo wir, wort Gott uns gegifft haben. Wir können, wir können vielleicht seien, wie sind in Christ. Ähnlich, ich kann das Schwingste sein, was geht, wenn ich sehe, ich sehe in Christ, ich kann vielleicht, mein ganzes Leben, allmählen denken, ich sehe in Christ, mit der Zeit, mit der Verhältnisse von Menschen. Aber ich sage hier, wo der Mensch denkt, dass er will, sieh ein Gäst. Du willst selbst, wo du den Gäst angestellt hast. Und ich sage, gerade so, wo ich auch Gott sehen, was Gott denken gefällt. Wenn du wahre Geburt bist und du gerutscht sind, denk, nein, was er nicht reich ist. Der Gäst, wird dir hässlich umklappen und in deinem Gewässer und sagen, hey, das ist nicht gut für dich, das ist nicht reich für dich, du kannst dich losfahren. Und er sagt, durch diesen Gäst, weiten wir, was Gott uns gegifft hat. Gott hat uns den Ansatz gegifft, durch diesen Gäst, dass wir dort weiten, was er hat gegifft hat, dass wir nicht brücken, grabbeln und denken und wundern, wo, kann man das sein, überzufinden, dass ich den Gäst, was er hat gegifft hat, du, dass ich weite, wie was er hat. gegifft hat. Jakobus 3, Vers 18 sagt, du reichst dich als eine Arzt, du in Fried, von dem du siehst, wird, du Fried verbreiten. Auf Engelsch sagen sie the law of the harvest, dass du siehst von seinen Arten. Gott hat dazu angeführt, wenn du einen Kunde in den Ere nennen was er sein kann, denn du entstellt sich bei der Werklein und fangt raus, dann kommt er in den Körn, stört ab und auf einmal waren die Ohren an, dann kriegst du gerade, was du geplant hast, was du gesagt hast, dort kommt er ab. Das war er hier sagen, dass wenn du in deinem Leben alle Sachen bei uns hast gesät und dann auf einmal bist du in Schwarte Tiden angekommen, wo Dinge nicht gut sind, dann kannst du nicht sagen, das ist bloß für Gott das Welt für mich. Ich kann ein Kunde sagen, das ist bloß für Gott das hat voll von uns. In Kirchen nicht reden, was er alles gesagt hat. Wenn du das alle Sachen sind, in deinem Leben, das Gesaht von Gott eingeführt hat, dort wird die Abkommen sein. und wenn du dann vor Tiden angerufen, in dein Sinn, was du gesät hast, das ist dann nicht, dass Gott sie in Wahlen ist für dich. Gott sie in Wahlen ist für dich, dass du so ankommen, dass du all deine Sachen ab anleihen. Aber Christ sagt, wenn du in Gerechtigkeit hast, sagt er, wenn du in Fried gesät hast, du wirst die Fried verbreiten, du wirst vergratet. Wenn du ein Kunde anplanst, das kann, in du in 100 Kinder an, das sind viel geratet, was du geplant hast, sagt er, wenn du in Fried arten, dort keine Penge ab, du kannst nicht Karren planten, wenn du Tabak abkommst, oder Opel oder das schaffst nicht mehr, wo du den Namen hast, das wird weg kommen. In Gerechtigkeit sagt er, das ist eine Arten. Das ist nicht, was abkommst, wenn das never gesät wird. Gerechtigkeit ist eine Arten. Wenn du in Fried gesät hast, da wird in Fried verbreiten. Sprich auf, acht hier, sage ich, einen Arten sind Arten wird schlecht belohnt. Wer aber dort gereicht ist, wird einen sacheren Lohn haben. Das Bet wird schafft, das sind nur Arten sehen, die wollen schlecht belohnt werden. Das wird nicht einen gelten Lohn sein, was du von kommen ist. Und kriegt so sagt er, was du gereicht sein, der Lohn ist auch sicher. Kriegt so es, wenn du nicht warst, den Lohn ist der Hall, wenn du gelebt hast, wenn du nicht hast, vielleicht nicht du hast, du hast, du hast, etwas für den Leben, but wenn du nicht für Gott leben , du hast, du für den Himmel für Himmel sind. Du sind bloß zwei Lohn, wie kann nicht die Treschen sein, die Entscheidung hat, jeder zu merken, dass Jesus ist an genommen, und du hast, die Frucht kommen, und die Frucht, die kommen, die gauere Baum, das ist nicht die Frucht, die rüchte drücken, die rüchte schaufe, die stäne oder schaufe, die Frucht, die kämpte für Salz, rüchte, wenn irgendeine studie säten, wenn Baum gehorcht, wo die schwammelt, die Frucht fährt, bringen, die kämpte Salz, wenn ein Baum ist. Wenn ich gelohnt, er saß, und leß, schluss, gelohnt, er saß, leß, durch Tien, sagt, er tut nicht, Gott lässt sich nicht spätten, was die Menschen seht, was er tun. Wir waren nicht können proben, Gott über die schmerzen und sagen, oh, ich doid, all das sind gute Dinge. Und du warst in die Saal und allein kreien. Matthias sagte, sich weg mit können, kann ich noch näher gekannt. Nicht alle die her sein war im Himmel kam. Das war der mit so farge und sagen, er kann nicht, Gott lässt sich nicht sparten. Wie weit wird in den Hort das? Er sagt, was der Mensch sagt, was er erntet. Wer sieht, sind Fleisch verdorben, erntet. Wer aber sieht, den Jäsen verdorben, wird von Jäsen das euer Leben erntet. Er sagt, was wir nicht moit, waren Geld zu däunen. Wenn wir nicht mautlos waren, war wir ernten, wann das erst steht du hast. Du weinst wir so fair und wir gelegen haben, alle Menschen gehen an, besonders an dich, die mit uns glauben stehen. Was hat von Gott ganz anders gesagt, was hat, von Uing, was hat, was von Boven kommt, von Gott, sagt, wir leben, andere Menschen mit zu halten. Mein Ziel soll sein, dass ich für jeden sein Geld habe, wenn ich in Kontakt komme. Die Welt ist so viel die Menschen zu kosten, dass du den eigenen genoten hast, dass du den eigenen Kost abbühren. Gott ist das korrekt du gehen. Du schaust nicht, dass du einen taub schaust von einer Person. Du bist ein oder der andere. live stream und du bist nicht sicher, du bist hier von der Tag von Genug. Von dem kannst du anfangen der gelde Baum zu sein, der gelde Frucht wird von rück kommen. Wenn du noch Urum hast, du noch Lauf holen und don wo jung oder alt, von dem ist der Tag die du Leben Gott ist der gelde Baum sein. Von dem ist der Tag von Jön und nicht sieben, leber von dem Marius nach ist nur Marius und ihr betet, ihr könnt der gelde Frucht anfangen zu wachsen. Und zum Schluss noch zu beten. Himmlische Führer wie Kump Verde in euch von Marius sind wir waren die Danten Herr. Dass wir von Gwara in Jakobus Bräu können lernen was die Weisheit von die Lut in uns Leben so verändern wenn wir von der Welt nehmen dann. Herr, wir danken dir, dass du dein Allmacher Gott bist, erst der Himmel und Erde gemerkt hat und alles der Bahn und der Raum du bist der Allmacher Gott. Du bist auch der Gott was den einzigen Sehen kann, dass wir aus vielen Hof Menschen können durch die kommen. Wir danken dir dass dein Sehen Jesus Christus so wie perfect wird er sein an aus aus dem Anabchom, dass es so wichtig, es gibt ein Blieben, dass es ein Anwalt ist, das noch ein Geist zu geben kann, dass es ein Hand geimpft wird, dass es alle die Profeation gibt, dass wir den fallenяern, den Einzigen Sein können, das ich leben kann. Wir wissen, wir wissen, was wir wissen, dass du die Felde aus dem Leben hast, dass du Einzigen Sein sagen würdest. Wir wissen, dass du ans, uns den Heiligen Geist an uns gegeben haben, wie die an uns genommen haben. Wenn die in uns regieren, die die Frucht machen, wird das nicht mehr mit dem Salz tun. Das wird nicht mehr mit dem Salz tun. Und du weißt, wie das nicht mehr möglich ist, wenn ein gauder Baum schlechter Früchte bringen oder schlechter Gaudet. Wir weißt, dass alle bloß die und die Geist möglich sind. Ich weiß auch, dass wir uns nicht mehr machen wollen. Dass wir uns nicht mehr machen wollen. Wenn die Bands am Live Stream an der Radio kann man noch einmal machen wollen. Das wird uns nicht mehr machen wollen. Das wird uns nicht mehr machen wollen. Dass wir uns nicht mehr machen wollen wollen. razón auf der Bänderei oder nicht sein. Das wird uns nicht mehr alert sein, wie das ist. von der Entscheidung, was sie gemerkt haben. Sonst sind nicht für ihn sieben, wenn sie noch nicht die Entscheidung gemerkt haben für dich. In unserer Hand verstehen sie wirklich sehr ihnen mit Fried und Fried in Wahrheit von Bögen. Wir danken dir für alles, was du hast und waschst, und durch Jesus sie nennen. Amen.